So, da hören wir schon wieder und die Anzeige, da ist neu, verschwindet aber auch ganz wieder schnell, sehr gut. Wir hatten in der letzten Folge erfolgreich eine Goblin-Horde zurückgeschlagen, die einfach so mal aufgetaucht ist, was nicht sehr schön war. Und in elf Minuten kommt die nächste Welle von Monstern. Die nächste Monster-Welle? Okay, da fehlt noch ein R. Und ich habe mir sagen lassen, dass seit dem letzten oder vorletzten Patch, die Monster-Wellen wirklich schwieriger werden. Und zwar drastisch schwieriger. Aber müssen wir mal gucken. Wie schaut es mit schnarchenden Zwergen aus? Lebenspunkte sehen sehr gut aus. Außer bei ihm. Du gehst schlafen. Du schläfst. So, Ausrüstung. Da soll eine Priorität liegen, dass wir möglichst bei allen gute Ausrüstung haben, damit wir diese schwerer werdenden Wellen überleben. Und wenn die irgendwann zu schwer werden, dann springen wir durchs Portal. Da fehlt ja auch nicht mehr allzu viel. Ich glaube, das ist eins, was wirklich fehlt, ist Stahl. Mana haben wir voll. So, hier hätten wir ganz viel Kohle. Was brauchen wir mehr? Brauchen wir mehr Kohle oder mehr Eisen? Wo ist denn eine schöne Eisenader? Hier unten. Oh, da ist ein Buch. Ja, hier ist Scaffolding. Flup, 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 flup. Flup. Einmal noch. So. Kann man auf Scaffolding ein Portal machen? Nein. Das ist nicht ganz so schön. Aber ist okay. So, das weg, das weg, das weg. Warum kommst du? Oh, achso, das muss vorher weg. Also, das ist alles weg. Und dann hier einmal durchbuddeln, bitte. Was können wir hier denn? So. Ein Teil schläft, ein Teil arbeitet, ein Teil läuft zu ganz komischen Orten hin, um irgendwas einzusammeln. Was? Was soll denn machst du da? Ein Erdblock. Ja, genau. Deswegen läuft jetzt bestimmt alle dahin. Wir. Hinten kommen Zombu. Hier liegt nichts rum. Okay, da liegt noch ein bisschen Holz. Und okay, wir haben nicht so viel Holz, aber trotzdem müsste dafür nicht extra so weit laufen. Das wäre eine sehr schöne Einstellung. Wenn ein Zwerg einen richtig langen Weg hat, den man meinetwegen vorher einstellen kann. Sagen wir mal, sobald du über 50 Felder laufen musst, mach einen kleinen Pop-up. Soll ich wirklich da hinlaufen oder so? Das wäre super praktisch. So, verschiedene Sästen haben wir. Du bist mäßig krumpig. Das ist nicht so schön. Wenn ich da jetzt abbau, baue ich den Dirt ab, ne? Ich würde eigentlich ganz gerne die Stilaktiten da weg machen, aber okay. Stirb. Wo läufst du jetzt hin? Du machst nichts, Sasch. Das nenne ich nicht nichts, zu komischen Riesen-Zombies zu laufen. So, und warum portet ihr euch nicht? Wo ist das Portal? Da. Genau, da. Ihr sollt da hochlaufen und da hin und hier alles weghauen. Kann nicht so schwer sein. Genau. Sehr schön. Was für ein Werkzeug hast du da bitte? Warte. Nimm, 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 nimm. Oh, unser neuer ist da. Ja, okay. Das da und das da. Und ein Schwert bräuchtest du eigentlich auch noch. Und Ausrüstung. Brauchst du eigentlich auch noch alles. Ja, also. Wildschweine jagen ist neben Stahl ganz oben auf der Liste zu tun. Die können auch gebaut werden. Neues Portal müssen wir auch gleich setzen. Aber erstmal will ich die Welle abwarten. Ich will jetzt nicht irgendwo in die Weltgeschichte springen und Wildschweine töten. Obwohl sieben Minuten ist... Es wird gleich Tag. Warte mal, wir haben richtig schön viel Mana. Das nutzen wir aus. Wir setzen einfach hier unten. Ein frisches Portal. So. Und machen jetzt ein Portal. Dum, 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 dum. Hier hin. Töten das Wildschwein. Weil hier ist es kein zum Wiedernähe. Also da hinten ist zwar eins, aber das wird sterben, sobald es Tag wird. Und Tag müsste es eigentlich jetzt schon langsam werden. So, go, 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 go. Bringt der Schweinchen um. Doppelte Geschwindigkeit. On guard. Wir sind zivilisierte Zwerge. Wir schreien immer on guard. Und wir brügelten mit zehn Mann auf ein Schwein ein, weil es so schön fair ist. Neues Portal. Neues Scharwein. Oh, und das Weizen hätten wir noch gerne für Bier. Oder Korn oder was auch immer. Oh, was ist das? Ich hatte gerade einen kleinen Schluck auf. Und du, Wilde Zwerg, geh schlafen. Raus. So, fünf Minuten noch. Wie schaut es uns dann momentan wie hinaus? Das ist fertig. Äh, äh. Ja, okay, das geht jetzt nicht wieder weg. Kohle hätten wir hier ganz viele. Na gut, machen wir hier ein Portal. Schnappen wir uns die ganze Kohle. Und die ganze Kohle. Und dann kommen wir weiter. Die können auch noch weg. Nehm, 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 nehm. Gegner in vier Minuten. Wie man da trinkt, das ist normal. Brau uns an Zwergen. Gucken wir mal, ob wir jetzt Rüstung bauen können. Wir hätten gerne Lederschuhe. So, so. So. Zwei Paar Lederschuhe. Die werden garantiert nicht reichen. Eins. Hey, die reichen doch. Sehr schön. Dann Lederrüstung. Eins. Zwei. Drei. Ne, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Lederrüstung. Ernsthaft? Das ist nicht gut. Seile brauchen wir auch. Eine. Oh, weil wir müssen so dermaßen viele Wildschweine umbringen. Das ist nicht mehr schön. Und der letzte Zwerg hatte gar keine Rüstung. Richtig? Richtig. So. Drei Minuten noch. Wildschweine. Wo seid ihr? Da ist ein Hühnchen, da ist ein Schaf. Schaf muss auch sterben. Nee. So. Oh, oh. Was? Was machst du da? Genau. Okay. Schaf töten. Schnecke brauchen wir nicht. Schnecke brauchen wir nicht. Noch ein Schaf. Warum schreit der so ein Zwerg so nah dran, als wenn er hier wäre? Komisch. Gut. Also das Schaf stimmt auch. Und dann haben wir keine Wildschweine und keine Schafe mehr auf der Karte. Wir müssen also warten, bis die neue auftauchen. Zwei Minuten 33. Ja. Na, Kampfbuch. So, Jungs. Was macht ihr da? Gebt bitte noch. Hause, wenn ihr nichts zu tun habt. Sonst ist das Portal gleich weg. Oh, hier ist ein Diamant. Schon besser. Genau, die Dinger sind nämlich super, die Scaffoldings. Müssen wir bei Zeit mal ein paar mehr von bauen. So, Scaffolding. Alle weg. Und geht nach Hause. Au. Ist dir jetzt absichtlich runtergefallen, um schneller beim Portal zu sein? Das wäre interessant. So, Zeit auf einfach. Gucken, ob wir noch Zwerge kurzfristig schlafen schicken können. Geh essen. Geh schlafen. Geh schlafen. Ich mach mal so. Ich mach mal so. Um alle Zwerge aus allen Ecken wieder nach Hause zu bringen. Und dann schick ich sie nochmal schlafen. Auch wenn das viel zu eng wird. Gegner sind gleich da und so. Ja, und das ist ein wenig verpackt mit der Höhen-Ebene. Also wenn das Ding hier gesetzt wird, können die irgendwo hier auf der Achse hängen bleiben. Aber besser als nichts. So, irgendwo noch ein Zwerg auf Irrwägen. Da bewegt sich ein, dass ich nicht bewegen sollte. Ne, schaut gut aus. Okay. Welle kommt. Guck mal, wo es auftaucht. Portal beim ehemaligen Goblin-Camp. Oh, und da ist gleich so ein Garstiger bei. Und ein Beholder und noch mehr Skelette. Okay. Stopp. Ausrüstung. Ein Sch... Na komm. Bauen wir noch ein Schwert. Vielleicht wird es das... Wir haben ein Schwert. Warum ziehst du das nicht an? So. Und jetzt setzt das bitte mal da. Warum wollt ihr jetzt nicht da hinlaufen? Wähle Zwerg. Kontrolle übernehmen. Befreien. Entferne Fackel. Nein. Entferne... Was? So. Und das dauert jetzt wieder Ewigkeiten, bis das ja das Weckerhauen ist. Aber das sind ganz schön viele Skelette. Ähm. Oh, na gut. Hier. Was? Zur Hölle machst du da den Käfig mit dem Wasser. Das da weghauen. Und dann gleich hier sammeln. So. Sammeln. Alle acht Zwerge. Alle bewaffnet. Und einer ohne Helm. Was? Hm. Der sieht aus, wie wenn er keinen Helm hätte. Warten, bis der Block weg ist und dann das hier aufheben. Dann müssten eigentlich alle automatisch angreifen. Da greifen sie schon an, wenn Gegner auftauchen, wenn sie in dem Modus hier sind. Gucken wir mal. Haut schneller. Und das Chefskelett macht gar nichts außer komische Zuckung mit seinem Kopf. Das ist ein komisches Chefskelett. Werde, dessen werden vom Geistern ausgeraubt. Naja. Erste läuft gleich schreien weg. Schön. Einer von uns ist tot. Ne, es sind nur noch acht. Kann ich... Ah, einer ist angeschlagen, der geht weg. Okay. Sieht soweit gut aus. Sehr gut. So, sehr gut. Komm. Töten, töten. Oh. Zwei geholt, oder? Ah. So. Du geschlafen. Du geschlafen. Wo ist mein Bett? Ja, du brauchst ein Bett. Okay. Du geschlafen. Du geschlafen. Und wir bauen ein neues Bett. Komm vor Bett. Wir haben keinen Stoff. Okay, einfaches Bett. So, Doppelklick. Doppelklick. Bett. Da. Wir haben keinen Platz für ein Bett. Okay. Machen wir uns Platz für ein Bett. Und ihr seid da ganz ruhig und lieb und macht nichts. Schaut so aus, ja. Ich glaube, Sonnenlicht macht denen auch nichts aus. Also, werden die eine Weile da hocken. Aber, kein Problem. Die Jungs unterhalten sich ein bisschen. Regenieren ihre Lebenspunkte. Im zweifachen Modus. Und sobald sie ausgeruze bringen, sind die beiden um. Sonnenlicht ist da. Beholder. Machen nichts. Gut. Zwergenkontrolle. Schläft. Versucht Weg zu finden. Geht schlafen. Geht schlafen. Okay. Versucht Weg zu finden. Schläft. Schläft. Macht nichts. Muss auch nichts machen. Schläft. Geht schlafen. Jo. So, die Zwerge, die jetzt noch wach sind. Was macht ihr denn mal Schönes? Wir haben nicht genug Eisen. Da ist ein bisschen was. Hier ist etwas mehr. Portal. Flopp. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Oh, da ist auch noch was. Dann macht das auch noch alles weg hier. So, wer hat auch gelacht. Dann stellen wir ganz viel Stahl her. Eins, zwei. Eins, zwei.